Was ist mit ihm passiert? Wir haben seine Leiche wochenlang gesucht. Dann wurden wir abgezogen. Und er hat's vermisst gemeldet. Aber wieso jagt er Ghosts? Die Föderation hat ihn gefunden. Und wenn sie ihn umdrehen konnten, dann schaffen sie das mit jedem. Und ein Ghost hört erst auf, wenn seine Mission beendet ist. Findet ihn, bevor er uns findet. Genau. In Caracas ist ein Mann, der weiß, wo er schläft. Victor Ramos. Er leitet die Forschung für die Föderation. Nur wenige Männer sind Rocks Freunde. Ramos ist einer von ihnen. Für Rock müssen wir zurück nach Caracas, wo alles begann. Zeit, die Maske zu verwehen. Verlässer. Gehe sie nach dem Tvisel identifizieren. Scarecrow hier stext growl. Etter hinterher wird überhalten. Verstanden. Und fange Übertragung. Bereinige das Signal. Welt wird hochgeladen. Ziel bestätigt. Die Mission beginnt. Bestätigt, Scarecrowl 6-2 Ende. Yay! Die Seile vorbereiten. Werfer auspacken und Fallschirme für Evakuierung prüfen. Feuer das Seil, Tanner. Eintreten. Zwei. Zwei. Eins. Aussehen. Seiche sicher. Am nah unten. Feinde unter uns. Durch das Licht im Inneren werden sie uns nicht sehen. Der Typ am Tisch. Ausscheiden. Gut. Nach rechts. Erledigen wir die anderen Leiden. Auf dein Zeichen. Ziele ausgeschaltet. Wir sind sicher. Weiter zur nächsten Etage. Mehr Feinde unter uns. Lichtschießen. Daher am Gruppertisch hier drüben. Linke Seite einer in der Küche. Einer läuft. Nach links. Zuerst in die Küche. Waffe bis in der Küche. Erst dann weiter ausschalten. Auf dein Zeichen. Aktivität in der Mitte. Okay. Ausweichen. Sicher. Und weiter. Der Befrauer ist auf diese Etage. Die Stromversorgung ist ganz hinten. Los. Ziele nähern sich schneller. Die Stromversorgung ist ganz hinten. Die Stromversorgung ist ganz hinten. Die Stromversorgung ist ganz hinten. Ja. Dann kommt die Spiel車. Und sie schützt. Ja, ja. Ich schützt. Dann kommen sie nach vorne. Ich würde ihn unterstützen. Es gibt viele gute G.B. Ich würde ihn dort an. Váyase. Wer hat sich das vorher? Und wenn wir uns fangen? Das ist, wenn wir uns fangen. G.B. Die Stromversorgung ist. Epa, wir sollten uns fragen zu Eduardo, ob er kommt. Du bist verrückt? Sie ist mit der Patrugie jetzt. Ich bin sicher, dass sie eine Art von sich entfernt hat. Du, mein Freund, hast du mehr Probleme gemacht. Nein, ich habe Probleme, aber ich weiß, wann du du bist. Und ich glaube, mit diesem Fietom... Das ist ein Fietom. Auf Zylinder ein- und einklinken. Sicher. Und wieder einklinken. Die Lichter aus. Sehr schön. Zwei auf dem linken Balkon. Unter- und ausschalten. Ziele ausgeschaltet. Eine direkt unter dir. Gegenüber ihnen machen wir das leise. Ziele ausgeschaltet. Denk dran. Wir müssen die Aufzüge ausschalten, damit er nicht abhauen kann. Ab die Hauptaufzüge im Westflügel. Wir treffen uns, um die anderen Aufzüge auszuschalten. Mühe nach. Weimber. Delle, Riga. In caviar. Die Riga. Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt. Die Aufzüge sind offline. Sie kommen der Aufzüge noch aktiv. Verstanden. Bis gleich. Die Artifizialen sehen sich nicht mehr auf der Tür. Großartig. Wir müssen Sie überraschen. Den Fernseher. Den Kassaden. Bebe! Die Zirve werden sich umsonst, wenn die Luz nicht wieder zurückkehren. Das ist der beste Ordnung, den mir die Sie da haben. Wir haben einen Weg! Auf die Ecken achten. Das war dumm. Hier lang. Ich hoffe, es kommt aus. Ja. Ich bin fast im Kontrollraum. Hilf du, Hash. Ich klinke die Seile ein. Ich bin fast im Kontrollraum. Aus. Wir haben Gesellschaft. Da kommen sie. Wir haben Zeit zum Aufrüsten. Wir haben uns gefunden. Wir kommen zurück. Wir sind weg. 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 ziele ausgestattet mit einer ladung ist sicher den ausgang an den seilen ein bewegung und da ja 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 Wir müssen durch die Bezos! Bewegung, Bewegung! Na durch! Wir haben uns doch flinke Korn! Nicht alle heißen, weiter! Nicht nachlassen! Komm schon los! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen! Nicht nachlassen! Entendet ihr? Entendet ihr? In Position? Ebenfalls. Okay, packen wir's. Verdammt, er ist nicht hier. Hash. Ich hab ihn. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hash. Du hast fünf Sekunden, um uns Rocks Position zu verraten. Er ist nicht hier. Drei. Seine Position ist da drin. In einer verschlüsselten Datei. So, so, so. Wenn das mal nicht der Leben der Tote ist. Rock. Hm. Ich wusste, ihr würdet den Brot krumm fassen. Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten! Hash! Die Söhne von Elias Walker. Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen. Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin. Nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor zehn Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an, lebt Elias mit dem Wissen seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Er muss nicht fassen. Das ist mein Beton. Rauscht hier! Scarecrow! Die Mission ist gefährdet! Wir versuchen Evakuierung aus der Luft über den 02. Stock! Stand streng Hoch! Sie müssen ein Fenster finden, bevor das ganze Gebäude einstürmt. Fenster der Forst! Verstarrt! Wir können von hier springen! Zum Fenster! Fallstürme vorbereiten! Verstarrt! 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 Scarecrow, wir sind in der Luft unterliegen zum Namen vom Deckung! Gute Arbeit, ihr zwei! Und jetzt verschwindet er!